Ja hallo hier ist wieder Klaus von der Eternen Generation und Klaus spielt wieder ein Wortspiel. Ich habe 777 Profile gelöst und habe noch 142 Fantasie Dollar. Also tue ich beim spiel mal sehen was der Tag heute bringt. Ja also es waren hier 8 Stück, 8 Aufgaben um zu lösen. Davon sind 3, 4 buchstabige Worte zu finden und 4, 5 buchstabige. Also 3, 4 buchstabige, 4, 5 buchstabige und ein 6 buchstabiges Wort. Diese Worte sind hier aus den uhrgegebenen Worten zu bilden. Also aus den Vokalen A und E und dann haben wir noch die Konsonanz N, G, M, L. Ja. Was mit dem Anni, G, M, 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 M. und an ein 1st gewiss! Vielen Dank. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020